Ich geh mal zurück ins Dorf. Vielleicht sind da jetzt irgendwelche Leute. Was aber irgendwie nicht so aussieht. Dann werden wir uns doch wohl auf den Weg machen. Da liegt noch was. Nächtliche Wanderung. Wohin her, Prediger? Die tiefe Baumhöhle. Der Hinweis dafür zufolge ist die Form des Fels natürlich ein Ursprungs. Es ist schwer zu glauben. Jo, der müsste hier warten. Und warum haben wir jetzt einen Ast? Da reinstecken. Was ist das denn? Die Triche. Nehmen wir doch einfach ein Rechen mit. Schraubhaufen sind langweilig. Außer in Maple Creek. Ach, das will ich ein Rechen. So, was liegt denn hier? Ich stehe in der Axt. Das ist gebrochen. Mhm. Und jetzt? Hm. Gehen wir mal rein. Oh. Detective, so nice of you to finally drop by. Can I interest you in something to eat? Polish sausage, perhaps? It tastes Polish. Who are you? Why did you leave me that message? I want to help you. But there's one condition. No questions. I see you've handled the bell nicely on your own. Now, my unsolicited advice is to stay focused on the church. Search it like you haven't got a prayer. Because, let's face it, you don't. Hurry, you can still save Kate. And by the way, you might find this handy. Danke für die Kerze. Ist das der Detektiv? Wenn ja, dann hatte ich recht. Find heraus, wer der mysteriöse Fremde ist. Das scheint doch... Irgendwie... Ich darf nochmal rein. Nochmal mit dem Riechen. The church, Detective. Kate is waiting for you. Ah, die Wurst. Die Wurst. Wo war der? Achso. Aber bevor wir zur Kirche gehen, will ich hier noch eben den Hund ein wenig ablenken. Gehen wir mal zur Farm. Das Rad hängt nur noch an. Wir können zur Garage gehen. Keine Autoschlüssel. Muss ich tatsächlich zum Autodeep werden? Vielleicht um abzuhauen später. Wir müssen wahrscheinlich von hier den Reifen abmachen und hier wieder dran machen. Nur wann? Und warum? Bestimmt, weil wir später noch Ärger kriegen und abhauen müssen. Ich wusste es. Das kann doch einfach nicht gut enden. Das ist alles sehr seltsam. Motorrad. Nur mein Schild. Reife. Halbe. Bügeleisen mit Motorrad. Wo seid ihr? Ja. Ach so. Muss ich noch das Bügeleisen finden. Hopsa. Der Typ ist auch ein bisschen suspekt. Der tut so auf cool, sitzt da in seiner einsamen Hütte und... Weiß nicht. Ein Stück Leder. Toll. Ah, wir können zur Scheine gehen. Warum baue ich das jetzt... ...auseinander? Oben im Loch liegt viel Zeug herum. Und jetzt? Aha. Wozu mache ich das jetzt? Wozu mache ich das jetzt? Hä? Ach so. Das habe ich nicht gemerkt. Okay. Okay. Das ist eine Katze. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht so recht. Und wem gehört die Farm. Und warum ist hier keiner? Eigentlich müsste hier ja jetzt jemand sein, weil... aus der Kirche so viele Leute rausgerannt sind, kreischenderweise. Das ist schon sehr seltsam. So, da sind wir wieder. Ich habe aus Versehen auf meine kleinere Platte aufgenommen. Deswegen war die dann ganz schnell voll. Aber es soll hier auch wieder weitergehen. Zum Glück geht das jetzt auch relativ schnell, weil ich auf einer anderen Platte noch Platz habe. Deswegen geht es hier nahtlos weiter mit... Rainfin spielt Enigmatis und findet die Sache nicht und kann auch nicht mehr reden. So. Haben wir jetzt... eine Metallsäge. Super. Wir sollen also raus. Und hier hin. Ob voll oder leer, der Gasgeruch ist nicht so angenehm. Toll, jetzt haben wir das ausgemacht. Ich verstehe es gerade noch nicht so ganz, wo wir jetzt hin sollen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Lass ich jetzt mal kurz... ein bisschen... Aha. Ich bin ja mal gespannt, was wir hier bekommen. Eine Nacktschnecke. Eine Nacktschnecke brauchen wir. Einen BH. Da oben. Da oben. Schnalle. Schnalle, Schnalle, Schnalle. Da. Inselblume. Baumpilz. Was hast du da? Ne. Das. Und die Nacktschnecke... ... ist da. Schrauben ziehen. Hier gibt's nichts Neues. Was müssen wir denn... Erkundet die Kirche. Ist ja jetzt keiner mehr drin. Außer ihm. Und... Was the... How did I get here? And where's the preacher? I've been coming here every day for years. And he's always here. I was home, talking to my late wife's memory, when the storm broke. That's the last thing I can recall. I feel so weak. Legs wobbling like a newborn calf's. Like something just drained the life from me. But about that girl you're looking for. I saw her a few times with the boy from the farm west of my house. Watch them too right from my balcony. Spanner. Okay, also... Wie ich vermutet hatte, jedes Mal war der Prediger da. Und diesmal nicht nur. Warum? Ha. Das ist ja... Das muss wohl da hin. So? Nee. Man kann also alle... So vielleicht? Bitte? Das muss doch ganz an den Anfang. Ich stehe die Reihenfolge noch nicht so ganz. Ich stehe die Reihenfolge immer noch nicht, aber gut. Gehen wir mal runter. Das sieht ein bisschen gruselig aus. 17.07.2011. Meine Herde beginnt zu erwachen. Thomas Walk ist keine Bedrohung. Er wird als nächster verrückt werden. Doch dieser Bauernsohn, er ist zu schlau. Ich brauche neue Lebenskraft. 13.07.2018 12.08bin Verflixt. Er ist entkommen. Wenn er mich ausliefert, finden sie die Leichen. Ich muss die wegbringen. Doch wohin? Türpark Spiegelsee Der Karte ist ein Punkt am See markiert und ein weiterer Tiefer im Wald